Das Besondere ist ganz sicher die Akustik, die hier angelegt worden ist. Es ist etwas von der besten auf der Welt. Wir sind immer noch in den Top 10, plus minus 2, Rang 7 unterwegs. Und ich sage immer das Gleiche, es ist eines der schönsten Häuser im Kanton Luzern, wo man dann arbeiten kann und wo sehr viele Möglichkeiten gibt. Unter das, was multifunktionell das Gebäude gemacht wurde, auch sehr viel zu lassen. Unter das natürlich auch sehr viel Akzeptanz hat in der Bevölkerung. Und eigentlich von Luzern nicht mehr wegzudenken ist. Der Ursprung war eigentlich schon längere Gedanken, als auf welcher umrüstet. Rein aus Effizienzgründen, auch aus ökologischen Gründen. Dass man dort einen Schritt vorwärts machen kann. Und das ist ein höchstes Gut, das man hier jetzt hätte gewährleisten können. Dass man wirklich ein Konzert kommt und das Gefühl hat, es ist immer noch gleich wie vor 20 Jahren. Also leicht technisch so geblieben. Und andererseits, dass wir gleich anhand der neuen Technologien mit RGB oder Thun & Vibe einen massiven Schritt weitergehen können für Kundenwünsche. Vorher war es über die FL-Beleuchtung gelöst. Wir hatten Flächen oder Räume oder Flächen, die schlecht beleuchtet waren, die eigentlich der Norm heutzutage nicht mehr entsprechen. Und demzufolge musste man Lösungen finden, dass man Eingriffe in Dächer machen konnte, die architektonisch nicht irgendeinen Einfluss hatten. Dass das architektonische Bild beeinflusst hat. Und natürlich der grösste Faktor ist immer bei der Notbeleuchtung, dass die Zuverlässigkeit gewährt ist. Und was wir wirklich, wie soll ich sagen, der Normen entsprechen können. Was wir, wie soll ich sagen, der Zulassungen wieder haben. Und die Feedback sind im Grundsatz sehr gut. Ich habe schon einmal gesagt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Leute kommen nicht rein und sagen, der hat den Charakter verändert oder und und und. Und ich glaube, da ist uns extrem sehr viel gelungen. Und mit den speziellen Leuchten, um das Haus zu entwickeln, das nicht gestanden war, ist. Und man dementsprechend an den Gäben gegeben hat, dann anpassen. Ich glaube, es ist für die Mitarbeiter oder für uns als Haus eine extreme Bereicherung. Für uns ist wichtig, dass wir den Charakter nicht verändern, wie der Saal ist. Aber dass man auch den Saal nicht komplett ein anderes Bild gibt. Und trotzdem, dass wir für den Kongress vielfältig sind, was wir wirklich auf diesen Technologien, wie sie auf dem Markt sind, was wir die wirklich professionell einsetzen können. Da ist sicher ein Quantensprung passiert, für den Saal, der es vielfältiger macht. und das ist sicher, dass wir zu ihnen auf den Wegichen. Für uns ist erster Karte. des König- und hoffen sich zu bieten. die Flüssigkeit, die Flüssigkeit, die Flüssigkeit, der Flüssigkeit,